Helfer-Syndrom und Burnout Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Persönlichkeit und eine Ausgabe des Burnout-Podcasts von www.yoga-vidya.de Helfer-Syndrom Helfer-Syndrom ist eine Theorie in der Sozialwissenschaft, die davon spricht, dass Menschen, die gerne anderen helfen, es nicht nur tun, um anderen zu helfen, sondern auch, weil sie selbst allein nicht zurechtkommen. Es gibt da so eine Theorie, dass Helfer selbst irgendwo mangelndes Selbstwertgefühl haben, dass sie vielleicht nicht ausreichend gewertschätzt wurden und dass sie einen Mangel an Selbstliebe damit ausgleichen, dass sie versuchen, anderen zu helfen. Sie bemühen sich, einen Selbstwert zu bekommen, indem sie anderen helfen, sich für andere einsetzen. Wenn sie dann nicht genügend Wertschätzung bekommen, wenn sie anderen ausreichend helfen, dann gibt es die Burnout-Gefahr. Sie helfen anderen, um Wertschätzung zu bekommen. Wenn sie nicht ausreichend Wertschätzung bekommen und Dankbarkeit, dann helfen sie noch mehr. Wenn sie dann immer noch nicht ausreichend Wertschätzung und Anerkennung bekommen, dann können sie ins Burnout geraten. Es kann auch sein, dass sie ein inneres Loch haben und egal, wie viele Wertschätzungen sie bekommen, es reicht nicht aus. Denn eigentlich geht es ja darum, Selbstliebe zu bekommen oder sich selbst zu lieben. Das ist die Theorie des, was hinter dem Helfersyndrom steckt. Ich meine, es mag eine gewisse Richtigkeit haben in manchen Fällen. Aber ich befürchte, die Theorie vom Helfersyndrom hat viele Menschen erst ins Burnout gestürzt. Menschen, die anderen helfen, helfen jetzt nicht mehr und wollen anderen helfen, sondern sie fragen sich öfters, leid ich unter Helfersyndrom? Sie bekommen von anderen auch nicht mehr die Wertschätzung und Dankbarkeit, die sie vielleicht früher bekommen hätten, sondern man wirft ihnen vor, du hilfst ja nur aus Helfersyndrom. Menschen, die vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie selbst sich nicht engagieren für anderen, können ihr schlechtes Gewissen entlasten, indem sie denen, die sich engagieren, einfach nur Helfersyndrom vorwerfen. Und die Helfer, die vielleicht ein bisschen Dankbarkeit durchaus gebrauchen könnten, kriegen stattdessen Vorwürfe des Helfersyndroms. Mein Tipp wäre in jedem Fall, wirf niemandem Helfersyndrom vor. Im Gegenteil, zeige denen, die sich engagieren, Anerkennung, Wertschätzung und hilf ihnen, unterstütze sie. Und wenn du dich selbst engagierst, dann lass dir nicht vorwerfen, Helfersyndrom. Du hilfst, um anderen zu helfen. Dass du dabei Wertschätzung bekommst, ist auch gut. Dass die Menschen dir Dankbarkeit geben, ist auch gut. Sorge natürlich auch dafür, dass du selbst alles hast, was du brauchst. Damit du langfristig tätig sein kannst, musst du natürlich auch dich um dich selbst kümmern. Schon um langfristig helfen zu kommen, kümmere dich auch um dich selbst. Stelle dein eigenes Engagement nicht in Frage, indem du ständig überlegst, habe ich Helfersyndrom? Samishivananda hat gerne gesagt, Diene, Liebe, gib, reinige, meditiere, verwirkliche. Diene anderen, hilf anderen, diene mit Liebe, gib, was du kannst. Aber meditiere auch, mache spirituelle Praktiken, sorge, dass du hast, was du brauchst. Und wenn Menschen dich nicht anerkennen, ist auch egal. Schaue, wie du helfen kannst. Ab und zu mal überprüfe, ob so wie du hilfst, auch wirklich angemessen und gut ist. Ab und zu mal schaue, ob du auch andere dazu inspirieren kannst, zu helfen. Du selbst hast zwei Hände. Wenn du die Hilfe anderer annimmst, dann hast du mehr Hände. Ein Prinzip für Helfer wäre auch, lehne niemals Hilfe von anderen ab. Wenn andere dir helfen wollen beim Helfen, dann nimm ihre Hilfe an. Wenn jemand sagt, kann ich dir helfen? Und du sofort sagst, nein, ich mache das gut alleine, beiß dir auf die Zunge und sage dann, danke, gerne. Ziehe alle mit ein. Und dann wirst du viel mehr bewirken können, als wenn du es alleine machst. Es ist schön zu helfen. Und Menschen ziehen viel Freude aus dem Bewusstsein heraus, dass sie helfen. Erlaube anderen dieses Gefühl, indem du ihnen erlaubst, dir zu helfen, anderen zu helfen. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Helfersyndrom und Burnout. Ich persönlich halte von dem Konzept des Helfersyndroms nicht übermäßig viel. Mehr Informationen über Burnout auf